Meine Leute, heute wieder mit dem Gewächshaus-Rundkamm. Wo ist das heiß, Leute? Das sind meine Kohlpflanzen, meine ganzen. Kleine Bürkchen. Meine Eiche. Meine Tomate. Meine Sandblumen. Meine Tomate auch noch. Ich weiß nicht, was hier drin ist. 13 bis 25. Also so sieht der Gewächshaus anders. Oh, ein Schwitterling. Tschau, tschau. Schau. Schau. Schau.